Wir waren nur ein Haufen Jugendlicher. Geht in Deckung! Das Einzige, was wir im Sinn hatten, war... ...diese Brücke zu überqueren. Dritte Gruppe mir nach! Verheilt euch! Schneller, Jungs! Schneller! 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 In Deckung! Noch heute habe ich diesen Geruch vollen Verbranntem in der Nase. Und auf den Bock! Auf Position! Geschützladen! Und... Feuer! AAAAAAAAAAAAH!